Frisch verliebt? Luki Hale dortelt mit ihrem Serienkollegen. Sie hat den Tag der Lieben nicht allein verbracht. Ex-Pretile Tlalias-Star Luki Hale, 28, ist seit der Trennung von Antonika Labretta im Mai 2017 offiziell Single. Knapp ein Jahr nach dem Beziehungsaus scheint ihr Single-Status jetzt allerdings zu wackeln. Ausgerechnet am Valentinstag wurde die Schauspielerin in männlicher Begleitung gesichtet. Ist Schauspielkollege etwa der neue Mann an ihrer Seite? Verliebt urtelnd wurden und von Paparazzi abgelichtet. Laut People trafen sich die beiden Hollywood-Stars für ein romantisches Dinner im kanadischen Vancouver. Kennengelernt hatten sich die Turteltauben vermutlich bei den Dreharbeiten zu ihrer gemeinsamen Serie Liefer-Sentenze, die am 7. März Premiere feiern soll. Darin verkörpert der Trüblot Hottie einen Onkologen, der mit Figursteher eine Liaison startet. Offensichtlich knisterte es während der Produktion nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera. Bisher hat sich keiner der zwei zu den Spekulationen geäußert. Es wäre nicht die erste Liebe, die vor der Kamera beginnt. Viele Hollywood-Paare lernten sich am Film-Sit kennen und lieben. Bei Canning Tatum, 37, und seiner Frau Jenna, 37, sprühten die Funken während ihres gemeinsamen Films Stepphub. Das Traumpaar Blakely-Velue, 30, und Renée Reynolds, 41, verliebte sich während der Dreharbeiten zu Green Lantern. Untertitelung des ZDF für funk, 2017